Du, warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir hier? Im Privaten kann man sich dann gehen lassen. Die Frage ist nur, wo und auf welchem Niveau? Und wenn er nervt, dann schmeißen Sie ihn raus, oder? Oder hau ihm eins auf die Schnauze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017